Moin Leute, am 30. September ist mein Geburtstag und das heißt, ihr könnt gewinnen, denn ich habe mir ein kleines aber feines Event für euch ausgedacht. Nicht nur werden wir am 30. September am Abend mein Geburtstag ein bisschen feiern mit Giveaways, mit BT22, mit einer Challenge, wo ihr was gewinnen könnt, sondern auch danach gibt es eine Zeitperiode, wo ihr eventuell einen ganz speziellen VIP-Code gewinnen könnt. Aber ich habe jetzt ein bisschen vorgeholt, fangen wir doch mit dem 30. September an, weil dann habe ich einen Geburtstag-Stream für euch geplant. Der fängt offiziell am 18 Uhr an. Vielleicht ein bisschen früher auch schon, ich hoffe nicht zu spät, aber es sollte ein bisschen früher sein, je nachdem wie es da aussieht mit der Universität. Aber in den ersten zwei Stunden werden wir den guten Mutz hier im Hintergrund spielen. Es ist ja ein Schweizer Panzer, ich bin ein Schweizer, das passt auch wie die Faust aufs Auge. Aber bitte mich nicht boxen, ne? Die werden in den ersten zwei Stunden auch gespielt. Dazu kommen für jeden fünften neuen Follower oder auch für jeden drei neuen Subs, die wir auf Twitch sammeln, und dann packe ich momentan so viele, es hat zwei dieser Codes, die ich noch vom Tankfest übrig habe, in einen Giveaway-Pool. Und dieser Giveaway-Pool, der wird nach drei Stunden geleert. Ich sage das jetzt ehrlich mal so, das heißt ab 21 Uhr und planmäßig um 24 Uhr werden wir zwei größere Giveaways machen. Also seid da mit dabei. Aber, gehen wir doch mal zurück zum Mutz. Nach diesen zwei Stunden Mutz spielen, und natürlich sind die mit Zuschauer-Platoon gedacht, da dürft ihr also gerne mitmachen, wenn ihr Bock habt, werden wir so 30 bis 60 Minuten BT-22e spielen. Ja, was heißt denn das? Genau, da habt ihr eine Möglichkeit, eventuell euch eine Engineering-Box zu gönnen. Es ist das erste Mal, dass ich den BT spiele, oder den BT, wie ihr es haben wollt. Heißt also, ihr könnt vielleicht darüber, davon profitieren, dass ich halt unwissend bin. Beim Kopf behalten. Danach, nach diesen 30 bis 60 Minuten BT-22e, dann werden wir erstmal 60 bis 90 Minuten, eben je nachdem, wie lange wir BT spielen, eure Games angucken. Genau. Ich möchte gerne, dass ihr mir eure Spiele zeigt, und ich werde dann die Wehr halt anschauen. Und nach diesen 60 bis 90 Minuten, werde ich einen Gewinner mit euch zusammen küren. Und dieser Gewinner, der, und darum haben wir auch den guten Mutz im Hintergrund, kann diesen Mutz gewinnen. Aber, natürlich wird AS auch einen Zweitplatzierenden geben, und der hat dann die Möglichkeit, den VK-4503 zu gewinnen. Den kann ich euch auch noch ganz kurz zeigen. Der ist kein TD, der ist ein deutscher Heavy. Und das ist das gute Ding hier. Also, das kommt auch auf euch zu. Und nach dieser Replay-Show gibt es noch die letzte Open-End-Runden. Und da werde ich eure Tank-Requests anschauen. Das ist der erste Punkt. Aber, das ist nicht alles. Wie schon angemerkt, habe ich noch was Kleines anderes hier rumliegen. Und zwar, die Idee ist, ab dem 30. September dürft ihr mir gerne euren besten Replays schicken. Und diese besten Replays, die werde ich dann auch alle anschauen, und werde mir dann drei bis zwei der besten raus suchen. Denn, der beste davon, da hat dann die Möglichkeit, diesen VIP-Code zu gewinnen. Und der beinhaltet ein Rheinmetall-Skorpion G plus ein Canavan Action X plus 5000 Gold plus 30 Tage Premium. Und wenn es mich nicht täuscht, hat dieser VIP-Code sogar die Möglichkeit, wenn ihr diese Fahrzeuge schon habt, was ja legitim wäre, ihr das Gold kriegen solltet, soweit ich es noch im Kopf habe. Aber das kann ich euch leider nicht versprechen. Punkt ist, wie schickt ihr mir denn bitte diese Replays rein? Ganz einfach. Ihr könnt mir auf die E-Mail-Adresse rrhighlight.gmail.com eure Replays schicken. Am besten als Wot-Replays-Link oder auch von dem Wot-Code-Link. Einfach ein Link, wo ich das super schnell sehen kann, was da drinnen sich zu verstecken hat für ein Replay. Und dieses Event wird vom 36. September, dem Montag, bis und mit dem Sonntag gehen, dem 6. Oktober. Dann habt ihr schöne Zeit, sechs Tage mir euren geilsten Replays zu schicken. Und eben, ich werde mir da drei ungefähr aussuchen. Der Gewinner, der kriegt eben diesen dicken Code. Der zweiplatzierte, doch, der kriegt noch einen kleinen dicken Max dazu. Und der drittplatzierte, für den haben wir noch einen Ad Astra 2D-Stil. So, das sollten alle Missionen Nennen wir es Missionen. Ja komm, nennen wir es Missionen. Und Informationen für euer Briefing für meinen Geburtstag gewesen sein. Darum, schaut doch vorbei. Wir werden Spaß haben. Ich danke vielmals fürs Zuschauen und man sieht sich dann bis am 30. September beziehungsweise morgen. Cheers.